Musik Die Karrierektor jetzt auf dem Tee. Wir müssen die Abstände zu denen und dem Fisch einhalten. Sie dürfen in Abstand. Wir werden jetzt gleich den Düst- oder Außenabend verlassen. Wir fahren da schon ein Kilometer. Meine Damen und Herren, wie Sie selber sehen, haben wir jetzt etwas mehr Wasser rum unser Schiff bekommen. Wir haben jetzt nämlich den Rhein erreicht. Und der Rhein, der ist ja unter 3 Kilometern. Und der hat dann die gesamten Fläche von 1,000 Kilometer. Von der rechten Seite, da haben wir so die Gänze, der Rheinland ist weiter. Wenn wir mal über das Fläche von Wilhelmland kann er nicht wissen, dass es so viel im Schuss dann noch so richtig ausdrucken ist. Das hat ja bei CW durch den Norden noch großen Atem ansteigen. Von 770 Metern. Und zwischen den beiden inneren Brückenpfeilern, Wenn Sie jetzt links und weg sehen können, da bekrägt die Länge der Brücke 350 Meter. Da können Sie jetzt selber mal so ein bisschen abschätzen, dass der Wein hier auch zu 350 Meter. Der ist von 1951, der Zweite der Ende der Sontaken, der ist von 1959. Diese beiden Träne sind beide noch aktiv und sie gehören dazu. Wir hätten diese Schiffel seit Ostern, also mit Beginn der neuen Saison wieder fahren wollen oder gar müssen. Aber diese ungewöhnliche Corona-Pandemie ist das einfach noch nicht zu. Es lohnt sich für solche große Fahrzeuge einfach noch nicht. Die Grau aus der Zeit, da haben wir jetzt das Erste und das Gedanke, die drei Artenbecken hier passen. Wir gehen da rein. Wir gehen hier im Reisland, da sind wir jetzt die Freisland-Fahrer. Wir gehen hier in die Gäste, die wir jetzt noch ein bisschen anziehen. Die Frau ist in der Nähe des Eisland-Fahrers in der Nähe des Eisland-Fahrers in der Nähe des Eisland-Fahrers. Wir gehen hier in die Gäste und die Gäste auf der Nähe des Eisland-Fahrers. Früher einmal ein Seenotkreuzer und der war in Wiesung stationiert. Nach seiner Ausmusterung, da hat sich das Ganze ein Duisburger Privatier gekauft, hat dieses Boot hier nach Duisburg in den Frickekanal geholt, hat es im Werfthafen. Ja, dieser Werfthafen, der wurde von 1904 bis 1906 erbaut. Der ist inzwischen für die Betriebsschiffe natürlich schon lange viel zu klein geworden. Und man hat ihn auch inzwischen unter Denkmalschutz gestellt. Direkt vor uns, da sehen Sie jede Menge des Besitzes mit dem Hebel. Nein, 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 nein. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020